Ja, guten Morgen meine Damen und Herren, liebe Seniorinnen und Senioren. Heute haben wir uns überlegt, mal ein kleines Video zum Kochen zu machen. Ich habe mir ein ganz besonderes Gericht überlegt und ein einfaches Gericht, aber sehr schmackhaft. Ich habe mich auch passend dazu gekleidet. Es gibt heute etwas mit Möhren. Angelika? Ja, du kochst auf Induktion? Ich koche auf Induktion, weil wir in der Küche nicht so viel Platz haben für so ein Video. Induktion hat auch den großen Vorteil, dass man sich so eine einzelne Platte kaufen kann zum Herd dazu. Induktion ist stromsparend und es geht unheimlich schnell und es ist ganz einfach zu bedienen. Ich fange einfach mal an. Ah, es geht los. So, ich stelle hier die Gradzahl ein, mit Power. So, ja. Ich koche Ihnen heute eine Möhrencremesuppe. Erstmal mache ich ein wenig Butterschmalz in den Topf. Das mache ich so nach gut dünken. Also, Sie bekommen später ein Rezept, das wird mit online gestellt, aber ich bin eher so eine Köchin, so mal gucken. So, dann lassen wir das noch ein bisschen heißer werden. Ich habe schon mal etwas vorbereitet und zwar, wie immer bei vielen Suppen, kommt auch hier eine geschnittene Zwiebel, etwas Frühlingszwiebel zum Anbraten in den Topf. Das kennen Sie ja alle, anbraten, Zwiebeln anbraten ist ja bei ganz vielen Gerichten. Das darf mal so ein bisschen glasig werden. Das geht ja schnell, ne? Das geht super schnell hier drin. Also, das geht viel schneller als normal auf dem Herd. Dann gebe ich die geschnittenen Möhren dazu. Die hat die Angelika mühselig. Über Nacht. Über Nacht, stundenlang geschnitten. Ja. So. Die schwitzen wir ein wenig mit an. Hier steht auch ein Mixer, sehe ich gerade. Ja, die werden wir gleich benutzen. Ich überrasche dich damit. Oh, ja, okay. So, ich schwitze mir die Möhren und die Zwiebeln ein wenig an. Dann kommt Wasser dazu. Und der Clou, Orangensaft. Da kann man auch selbstgepressten oder fertigen nehmen, ne? Selbstgepresster ist natürlich noch besser. Wir haben hier einen relativ guten, Marke will ich nicht zeigen. Das kann ja jeder machen. Aber ein guter Orangensaft, also selbstgepresst ist natürlich das Beste, ne? Mhm. So. Das Ganze müsste jetzt theoretisch 30 Minuten köcheln. Ich gebe noch etwas Gemüsebrühe dazu. Ich selber bevorzuge diese Gelee-Gemüsebrühe. Aber auch das muss jeder selber wissen. Man kann natürlich auch gekörnte Brühe nehmen. So. Und mal ein bisschen höher. Darf ich mal in deinen Topf gucken? Nein, ich darfst du. Kein Kopf möchte das ja gerne. Ich möchte aber gerne meine Gemüsebrühe erst auflösen. Gut. Okay. So. Ganz zum Schluss, wenn ich alles im Topf habe, gebe ich etwas, das ist natürlich eine Geschmackssache, das muss nicht jeder machen. Ich habe das gerne, wenn ich etwas mit Möhren koche, dann gebe ich etwas Ingwer dazu. Ich reibe den Ingwer mit Schale, das wird Sie vielleicht erstaunen, aber unter der Schale sitzen die besten Enzyme und Nährstoffe. Das wäre fast bei allen, mit Schale, wenn man kann. Deshalb sind Pellkartoffeln ja auch so gesund. Eben. Weil unter der Schale sitzt das Beste. Und dann wäre es ja schade, wenn man es wegschält. Wenn man es wegschält. Ja. Sehr professionell wird das in den Topf gehauen. So. Also meine Möhren sind schon etwas vorgekocht. Deshalb brauche ich jetzt nicht 30 Minuten hier reinstarren, wenn Sie mal schauen wollen. Du wolltest ja auch gerade gucken. Sie sehen, Möhren, gekörnte Brühe oder Brühwürfel, was man gerne möchte. Brühe, Orangensaft, Ingwer. Ganz am Schluss mache ich noch eine Prise Curry dran. Und den O-Saft mache ich auch etwas später dran. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen köcheln. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, keine 30 Minuten warten. Ich sehe hier auch Kokosmilch stehen. Das ist natürlich Geschmackssache. Ja. Wer das möchte, also ich mag das sehr gerne. Ich auch. Und du auch, weiß ich. Wir lassen uns jetzt ein bisschen aufkochen. Aber muss nicht, man kann auch Sahne oder so, wenn man nicht gerade Kokosmilch hat. Kokosmilch, Creme Fraiche, Sahne zum Verfeinern, das bleibt völlig Ihnen überlassen. Ich stelle das mal wieder ein wenig runter, weil es wird sehr heiß, ganz schnell. So, dann gebe ich jetzt einen Schuss Kokosmilch dazu. Und meinen Orangensaft noch mal ein bisschen. Ich sehe, der verkocht etwas. So, müssen wir mal schauen. So, ich denke, das ist gut so. Stellen wir mal aus. Pfeffer, Salz, kommt auch zum Schluss. Salz, ich esse überhaupt kein Salz. Das ist natürlich auch nicht gesund. Zu viel Salz. Und dazu muss man auch wissen, in der Gemüsebrühe, egal ob Sie die in dieser Form nehmen oder aus dem Glas, die gekörnte Gemüsebrühe, da ist immer ganz viel Salz drin. Im Regelfall brauchen Sie dann nicht mehr nachsalzen. Bei Pfeffer ist das natürlich was anderes. So, jetzt. Ich mache mal Platz. Ich gehe mal auf die andere Seite. Super. Wenn das okay ist, dann hast du ein bisschen Platz. Ah, ja, da kommt die Überraschung. Das Ganze können Sie natürlich auch mit einem Passierstab machen. Wir haben jetzt hier so einen tollen Mixer. Den hat ja nicht jeder von Ihnen zu Hause. Möchtest du den Löffel haben? Ja. Ups. Dankeschön, bitte. So. Kommt zurück. Kommt hier drauf. Das ist mein Deckel. Also das hier ist Glas. Das ist ein Mixer, der einen Glasaufsatz hat. Im Glasaufsatz können wir das Kochen teils reinschütten. Das geht natürlich auch nicht in jedem Mixer. So, ich setze mal einen Moment etwas laut. Und Sie sehen, eine herrliche Cremesuppe ist entstanden. Ich nehme jetzt mal was für dich. Die geben wir jetzt wieder hierhin zurück. So, jetzt kommt meine Kochassistentin, Frau Schillig. Tag, Frau Schillig. Frau Schillig muss das nämlich jetzt ganz schnell spülen. Wichtig, ich habe hier eine Bio-Orange. Und um den Geschmack zu verfeinern, gebe ich jetzt noch ein bisschen... Ich gehe wieder auf die andere Seite. Dann kann ich das besser sehen und du hast mehr Platz. Dann gebe ich etwas Schale, weil bei der Bio-Orange können wir ja die Schale essen. Die ist ja nicht behandelt, also komplett unbehandelt. Und da geben wir etwas... Das ist ja auch eine gute Idee, wenn du eine Bio-Orange hast und dir den Orangensaft vorher presst und dann mit der Schale oder vorher nachher. So hätten wir das auch machen können, aber das ist mir nicht eingefallen. Ja, aber... Nein, den ziehen wir jetzt gerade an, wie ich sehe, ne? Hast du völlig recht, hast du völlig recht. Man... Da muss man nur natürlich vorher die Schale reiben, die Schale reiben und dann pressen, ne? Ja, sonst wird es ein bisschen unhandlich, ne? So, jetzt gebe ich für den Geschmack... Da ist mein Curry, Curry ist ja so ein Mischgewürz, da ist Kurkuma schon drin, da sind ja ganz viele Dinge drin. Das kann man ja auch für viele Sachen nehmen. Wie gesagt, ich mache das nach gut dünken, Sie bekommen aber online ein richtiges Rezept dazu. So, das rühren wir jetzt noch um. Sieht aber gut aus. So. Bekomme ich ja Hunger. Ja, bekommst du Hunger? Das weiß ich noch nicht, ob du davon was bekommst. So, vielleicht esse ich das ja auch alles allein. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben jetzt hier, zeige ich Ihnen nochmal, das ist ein Rezept für zwei Personen, die nicht viel Hunger haben. Das kann man natürlich auch variieren und wenn man je mehr Möhren man nimmt und je mehr Flüssigkeit man nimmt, je mehr Suppe erhält man auch. Und deshalb habe ich Ihnen schon mal was vorbereitet. Wir haben nämlich hier noch eine fertige Suppe. Guck mal an hierher. Ja. Da staunst du. Ah. Versteckt. Versteckt. Dankeschön. Bitteschön. Und Sie können, wenn Sie die auf Vorrat kochen, einfach zwei, drei Portionen in ein Einmachglas oder ein Weckglas, Marmeladenglas, wie Sie das möchten. So, genau. Das ist eine gute Portion. Dankeschön, das ist sehr lieb. Machen wir das noch ein bisschen sauber. So. Bitteschön. Bitteschön, Dankeschön. Dann leitet ein Deckel drauf und dann kann ich das im Kühlschrank auch zwei oder drei Tage aufbewahren. Deshalb macht es Sinn, dass man vielleicht eine Suppe kocht für vier oder sechs Personen, also eine größere Portion und dann essen Sie montags was und haben donnerstags aber nochmal ein Gericht, das Sie nur aufwerben brauchen. Gute Idee. Gute Idee, finde ich auch. Muss das erst ausgekühlt sein im Glas, bevor man es im Kühlschrank kann? Nein, du tust es ja nicht in die Gefriertruhe. Nein, auf keinen Fall. Sie können das natürlich an die Seite stellen und ein bisschen kälter werden lassen. Diese ist jetzt schon abgekühlt, weil Sie haben ja schon vorbereitet heute Morgen. Also dieses Glas könnte jetzt so in den Kühlschrank. Ja, meine Damen und Herren, meine liebe Seniorinnen und Senioren, das war meine Möhrencremesuppe mit Orange. Ich hoffe, Sie kochen das nach. Ich hoffe, Sie haben Spaß daran. Angelika hat auf jeden Fall gesagt, sie wird es probieren. Ich schaue jetzt mal, dass ich was davon bekomme. Ja. Also Kampf. Wir werden sehen. Dann verabschiede ich mich von Ihnen und sage bis zum nächsten Mal.